Servus und willkommen zu Forzium 1 gegen 1. Wir sind auf Schlaktiteln. Auf der anderen Seite ist der gute Poolboy und bevor wir hier in die Action starten, weil ich glaube, dass mir der Liebe auf der rechten Seite aufs Fressbrett geben will. Ganz kurzer Hinweis, wenn ihr mir helfen wollt, bisschen das Blut von YouTube rauszuzapfen, dann einfach mal liken und kommentieren. Abonnieren wäre Premium, aber ist keine Pflicht, ist kein Muss und ich werde auch niemanden zwingen und unser Plan jetzt hier für Selectites. Ich weiß, dass Poolboy hier super gern diese Ekel-20s spielt. Ich will AP-Minigunner, zumindest mal einen haben und ihn dann hier schön ins Fort rein. Man, man. Und dann mal gucken, wie es läuft. Und wenn ihr euch wundert, ja, ich habe gute Laune, ich bin gut drauf. Und wenn ihr mich fragt, warum, ja, weil das nicht. Vielleicht fall einfach Forz. Vielleicht fall einfach eine Runde gegen Poolboy. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Macht es mir Spaß. So, wir holen uns hier erstmal einen Snipper. Good old Snipper. Hello. Hello, Snipper, my old friend. I've come to talk with you again. So. Haben wir das? Ah, guck mal. Das ist doch schon so. Oh. Das sind Rockets. Das werden Rockets. Oh, da ist ja das hier Premium. Na, okay. Premium ist das nicht. Das Kacke. Muss ein bisschen größer sein. Dezent größer. Wer braucht schon Tiny Doors, wenn er Big Doors haben kann. So. Ja, guck mal. Da unten ist der Sniper Spot von ihm schon. Ja. Das werden hier... Ja, guck mal. Das ist schon das Placement. Und da kommt unser AP Sniper. Das ist schön. Das ist richtig schön von uns, weil das wird ihm gleich richtig wehtun. Das wird ihm gleich richtig wehtun. Das wird seinen ganzen Rush versauen. So. Oh. Okay. Vielleicht auch doch nicht. Vielleicht auch doch nicht. Ah. Er spielt... Er spielt Spion. Er spielt einfach Spion. Diese Ekelnase. Diese Ekelnase spielt Spion. Ja, den hab ich immerhin. Na, guck mal. Irgendwas jammert da. Okay. Ich weiß nicht, was da jammert oder warum es jammert. Aber ich nehme es an. Das ist jammert. So. So. Und ich vermute ganz stark, dass bei ihm ist hier auch Upgrades kommen für AP Sniper und so ein Spaß, weil damit kann er mir halt richtig wehtun. Ja. Da geht mein Sniper raus. Der war Sniper ready. Den muss ich ganz kurz grabben. Das kann auch jetzt ganz bis nach hinten losgehen, der Misch. Ähm... Ja. Ey, er spielt... Ich würde meine Großmutter darauf verwetten, dass Poolboy hier einfach richtig schön die Ekelnase Spion spielt. Ja, okay. Okay, okay, okay. Okay. Ah, guck mal da. Ah, ah, gönne ich dir nicht. Gönne ich dir nicht. Aber da kann ich gleich reinsägen und dann mit dem AP Mini Gunner ein bisschen Stress machen. Nein. Double Dot. Haha. Meins. Mein Gunner ist einfach Premium dumm. Ja. Nicht geil. Aber nehm ich. Warte mal. Ah, schöner Hit. Ah, guck mal einer an. Ah, wo war er hier? Ah, das killt ihn nicht. Schade. Okay. War schon ein Ticken zu langsam. Ärgerlich. Okay. Ist dann jetzt halt so. Oh, ho, 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 ho. Oh, ich hab Core Damage. Oh, mein AP Mini Gunner ist raus. Er war noch so jung. So jung und unschuldig. Und schüchtern war er auch. Ah, das war mein Gunner. Okay. Cool, was spielt hier alles im Hard-Modus, wie ich grad seh? Ah, aber ich hau mit meinen Gunnern. Mit meinen Gunnern spiel ich auch im Hard-Modus. Wir haben alles, aber kein Bock. Wir sind so lost, die Boys. Haha, mit der Bassor geblockt. Wer kennt's nicht? Der gute alte Bassor-Block. So. Hat mir der Gunner einfach in den eigenen Chor geballert. Was ein Verräter. Okay. Okay, wir wissen, dass da gleich jetzt, ähm... Lustiges anderes Zeugs kommt. Ah. Aua. Das war ganz schlecht. Ah. Kommt schon. So. Wir wissen, dass er es gleich absägen wird. Schade. Nichts zu holen. Machen wir es halt so. Der kommt weg. Kommt noch ein Metallbisschen hin. So. Machen wir das hier. Ja, ja. Wo kommt die Bus? Bus, 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 Bus. Gut. Nein. No. Nicht heute, Sir. Nicht heute. So. El Rocket. Guck mal. Der kann ja gar nicht schießen. Nice. Läuft doch. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. So. Gerade noch hier die Upgrades. Nichts. Naja. Es war klar, dass was passiert. Na. Core Damage. Nicht geil. Aber er hat auch keine Anti-Air, kein gar nichts. Einmal ganz kurz weg tanken. Aber ich kann ihn gleich wehtun. Guck mal. Nee, 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 nee. Da ist Metall, mein Freund. Oh, nice. Alles weggeholt. Sauber. Jetzt müssen wir ganz kurz ein bisschen mehr fressen, als uns lieb ist. Okay. Oh, schöner Hit von ihm. Schöner Hit. Okay. Weißt du was? Der Gunner wird nicht mehr replaced. Nein. Der Gunner ist noch da. Das ist gut. Okay. Oh, wie es einfach Baby-Damage macht. Einfach gar kein Damage. Was soll das denn? Okay, jetzt kommen wir hier nochmal Gunners. Ja, habt's verstanden. Ah, okay. Ja, war obvious. War abzusehen, dass das passiert. Okay. Die Shotgun ist raus. Das macht's für uns ein bisschen angenehmer, tatsächlich. Machen wir hier mal eine Minigun draus. Ja, okay. Ein Gunner. Ah, guck mal. Nein! Dieser MVP-Gunner. Dieser MVP-Gunner. Ich hätte auch gerne mal so einen Gunner. Ah, weg damit. Ja, da kannst du auch dir einen AP dir sparen. Ah, viel Energie. Wie viel Energie. Nicht gut. Gar nicht gut. Einmal drüber. Ja. Ja. Ah, mit der Wasser. Bester, bester Anti-Air im Spiel. Einfach, legit, bester Anti-Air im Spiel. Nichts kann ne Bastard toppen. Einfach geilste Anti-Air. Okay. Haben wir raus. Also, er hat uns so Sachen raus. Ist nicht geil, aber ist halt so. Und jetzt hier nochmal rein. Dann will er meine Anti-Air benutzen. Oh, nice. Na, reißt du ab. Geil. Geil. Ja, nice. 1-0 für uns. Ja, und auf geht's in Runde 2. So, wir sind nochmal auf Select Heights. Der gute Poolboy hat gerade in der Lobby gemeint, so, jetzt aber Tryhard. Jetzt keine Experimente mehr, keine Späße, keine Freunde, kein Spielspaß mehr. Ja, das heißt, er wird Geilz-Halt spielen und er wird 20 Spam. Er wird ganz viele 20 Spam. Mein Plan ist es, ihn mit Bassos maximal zu nerven und seine 20s rauszusägen. Andernfalls gehen wir einfach sang- und klanglos unter. Naja, irgendwas ist halt immer. Bei ihm wahrscheinlich ganz klassisch das Tech-Bild. Ja, man kennt das Ganze. Drei Minen. Ja, Asuka, wir sind gerade in dem Spiel. So, aber alles gut. Alles entspannt. Da kommt noch eine Windturbine. Ich könnte mit der Bassos gucken, dass ich hier oben cheesy reinsehe. Ist auch mein Plan eigentlich, weil das ist super assoziiert. Ja, die Chance ist halt nur sehr gering. Okay, wir sehen... Ah, guck mal einer an. Er tut uns den Gefallen und hat uns gerade die Tech gezeigt. Das heißt, wir können hier entspannt alles einfach mal an Metall wegprügeln. Okay, wegbüssen ist nett. Er hat da einen Sand-Sack hin geplaced. Hab's verstanden. Dann gehen wir hier auf die T2. Er geht hier auf Windturbinen. Könnte hier eventuell tatsächlich noch mal auf Rocket spielen. Wäre jetzt halt nicht geil, aber könnte er machen. Vom Setup sieht es aber anders aus. Okay, das sieht mehr aus wie normales Setup, wo man sagt, damit kann man arbeiten. Jetzt könnt ihr so... Ah, Moment. Mir fehlt Stability-Tag. Ich wollte gerade sagen, mir fehlt doch hier was. Okay, das kann ich leider nicht so runterziehen. Schade. Nee, komm her, hätte ich gerne so. Und dann hier rüber damit. Bast. Setzt, bast, wackelt und kriegt Luft. So. Da unten... Ja, da hockt schon was drin, so wie es aussieht. Gucken wir gleich mal nach. Das könnte dann ein ganz, ganz knallharter Rush sein. Aber wäre ja von Poolboy durchaus möglich. Wir wollen da auf jeden Fall mal reinbüßen. Da ist auf jeden Fall der Howie drin. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Das ist genauso sicher wie das Armen in der Kirche. Da ist das Snipper schon am Start von ihm. So. Wir wollen da reinbüßen und wir wollen da oben... Ah, guck mal. Da sind die Ekel-20s. Ah, ich streffe einfach nur diese dummen Sandsecke. Komm her. Die Lücke, gib mir die Lücke. Ja, die will ich. Danke. Ich weiß nicht, was es war, aber es ist weg. Ich habe da gar keinen Winkel, oder? Oh! Mighty Buster, Junge. Richtig übel. Jetzt kommt da Metall bei Poolboy. Ja. Nice. Also, die Buster war übel. Oh, und da ist der Metall weggefallen. Aber dafür ist mir eine 20 weggefallen. Ach, eine 20, genau. Ein Firebeam ist hier abhandengekommen. Was halt nett geil ist. Die wachsen leider nicht auf Bäumen. Die gibt es noch nett for free. So. Das heißt für mich aber auch, ich muss hier auf einen Sniper hovern und dann gleich die Dinger da raus snipen, bevor mein Ford hier die Biel gemacht. Nein, der hat nur oben auf. Nur oben ist die Tür auf. Na, das wird unten frei gemacht. Habt's verstanden. Nein! Der hat mal einen Sniper kassiert. Oh, mein, mein, ähm, mein Core ist ein bisschen auf. Okay, ich kann es nicht zu machen. Ey! Ja, ich kann es nicht zu machen. Ich habe es in der N Are ande. Also äh, wenn ihr noch nie spart. Uh, ich könnte es nicht zu machen. Oh, meinء. ass mira, was ich zu lesen? Ich kann es nicht zu? Oh, ich bin zu orch師 refere'n. Oh, ich bin zu Click. alter sucht der freunde ich weiß noch reparieren ich werde das nicht reparieren danke ja gut aber die kann ich gleich wenn der zweite feiert ihm ready ist raus brennen ich brauche nur ein bisschen gegen gewicht ja nein samsack regelt okay ja seine scheiß 20s ja die machen kann das game das ist so ätzend also das ist so eine strategie wo ich ehrlich sagen muss da fehlt mir immer noch der plan wie ich dagegen spielen soll konkret aber es ist noch nicht alle tage abend das ist erst vorbei wenn die dicke frau sinkt vielleicht kann ich ja mörser spielen wer weiß vielleicht erlaubt mir pool bei das was kommt weg da sind hobby ok aber okay einfach jetzt stuhl ja auch verstanden hab's verstanden mein freund das ist gerade echt räudig ok keine tech kein gar nichts hobby ist im aufbau bei ihm das ist eine strategie wo ich ehrlich sagen muss dafür würde ich am liebsten leute in die presse hauen das macht keinen spaß so egal so das hätten wir aber wir haben hier einfach eiskalt unsere minen verloren ich habe eine idee ist das wir gehen hier einfach eiskalt auf die nuke in der hoffnung dass es irgendwas bringt naja test mal an da ist nichts da kannst du gerne machen da ist nichts zu holen für dich gibt mir die untere ok gibt er mir nicht gibt er mir nicht das verschafft mir zumindest mal ein bisschen zeit aber ja ich bin dran ah ok gg gg ich hasse es einfach wenn das macht ja das ist einfach richtig scheiße maximaler bullshit ich hasse es ich hasse ich habe einmal oder zweimal gegen gewonnen bislang aber auch nicht öfter ist halt einfach so dumm stark und ja gg gg wir haben verloren hat pulver gut gemacht was euch gefallen hat denkt dran liken kommentieren abonnieren und das ist einfach ätzend in dem sinne haut rein viel spaß und schönes wochenende tschüss